herzlichen willkommen bei whisky gold wir sind heute mal wieder in deutschland vielen dank an rico der hat mir diese flasche zur figurung gestellt rico sie warten alle auf dich sie warten leute es wird größer schneller höher weiter vergesst ralfi vergesst horst lüning merkt euch rico ja und wir sind an der ostsee ein whisky aus deutschland und zwar der hansestadt wismar es ist ein bald tag ich spreche das so richtig aus ich gehe mal von aus und ja ich bin deutschland whisky ist jetzt nicht so bewandert umso mehr freue ich mich darauf weil ich vielleicht was dazu lernen kann und wer noch nicht in wismar war unbedingt mal hinfahren wunderschöne kleine stadt mag ich total gerne so weiter bis marian peter single malt whisky also ein single malt getorft halbe liter flasche kommt 50 euro ist immer noch verfügbar er trägt offiziell kein alter ich habe mir jetzt sagen lassen er soll seine drei vier jahre haben 46 volumen prozenter kein farbstoff keine kälte filtration kommt ohne umverpackung 1206 flaschen von dieser abfüllung hier jetzt hier steht eine batch nummer blende ich euch in den fotos ein und abgefüllt am 12 10 2018 ja vom design her berührt mich jetzt nicht wirklich macht ja auch nichts markus gucken was er sonst so kann ja und das ganze kommt aus der hinritius neutes spirituosen gmbh wismar kleine hohe straße 15 die haben auch eine website hinritius neute punkt e naja wie auch immer ja also es ist ein single malt 100 prozent gersten malz schottisches torf malz wird verwendet master destiller und braumeister stefan beck steht dahinter dieser whisky reift in ex bürben fässern und hat dann mehrere monate mehrere monatiges mehr monatiges finish in einem 500 liter px sherry fass da sind die eckdaten so farbe erinnere mich so ein artback von der farbe hier ein holzkorken ist das ein echter kornstoffkorken aber holz oben drauf wie gesagt halber liter ihr kriegt ihn nach wie vor ich glaube es gibt auch ein anderes batch mittlerweile ist ein bisschen rauch aber nicht wirklich toll sehr malzig malzig süß frisch sommerlich lebendig ein bisschen grasig 46 stehen ihm so ganz gut aber jetzt nichts zu bemängeln wird nicht reif wird auch nicht wirklich jung wo man drei vier jahre sagen könnte ist jung aber da kann ich sechs siebenjährige die ziehen mir die schuhe aus und hier passt es schon irgendwie also der riechkolben leidet nicht ja vielleicht so ein bisschen was getreidiges noch also der rauch ist jetzt nicht extrem auch wenn der peter jetzt drauf steht alles cool kein laffi kein artback kein corailla kein insel whisky relativ einfach also dann wollen wir mal rico auf dich lieben dank jetzt merkt man ihn auf der zunge also dieser zarte rauch ist irgendwie ungewöhnlich ich weiß nicht warum kräftiger antritt trocken ich suche das px charifas ich habe das bürbenfass ganz klar voll im vordergrund wärmend 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 die speiseröhre trocken werdend heu stroh ein bisschen vanille weizen tostbrot jung jung auf der zunge ist weiter schon besser aber immer noch zunge spitze hinten raus rauch kommt hier deutlicher zur geltung als in der nase aber der schiebt der ist spritzig wenn ich nicht sogar sagen würde leicht alkoholisch also ich habe so eine leichte assoziation zu einem obstler ja so ein schwächer oder irgendwie sowas versus whisky ja tue ich mich sehr schwer mit nein nicht mein fall das ist mir alles noch zu wild und zu ungestüm aber gut warten wir noch ein paar jahre vielleicht kommt da was schönes ich bin da immer optimistisch und wo ist das sherry fass mehrere monate finish zwei oder drei das weiß man nicht was für ein peck x sherry fass wie vorbelegt also ich würde es mir nicht kaufen ähm ja für den deutschen whisky vielleicht ganz gut ich bin da nicht so bewandert ich kann das schlecht beurteilen die handvoll deutscher whiskys die ich probiert habe äh aber ja ne ich bleib dann lieber da wo ich sonst unterwegs bin ähm Rico trotzdem vielen dank Horizont erweitert abgehackt erledigt ihr schreibt mir unten rein ob ich das völlig verkehrt sehe aber das ist noch total wild das Ding das ist grad das ist das ist nein nein noch zu doll also ich kann ich würde den runterkriegen wenn ich Brand habe irgendwie oder Lust auf Alkohol dann würde ich den auch trinken damals mit Schwiegervatern habe ich auch immer Obstler getrunken ne ob das so ein Pircher war für 10 Euro oder so ein Schwächer war für 40 Euro der ja aufgespritet ist war alles gut habe ich mir zum Bierchen auch gegeben aber so als Single Malt Whisky Genuss fehlt mir da einfach noch die Reife oder einfach das Besondere die Flasche finde ich schön die finde ich immer die Form die kann man immer wunderbar die Etiketten runter machen und irgendwie als Ölflasche verwenden oder sowas oder für Essig oder so das finde ich ganz toll das kann man machen aber nicht für 50 Euro Joa in diesem Sinne danke ich euch fürs Zuschauen und bis zum nächsten Video Ciao spaß 更 j